Manche Eheleute, die nach den Geboten Gottes leben möchten, haben die ernsthafte Frage, nun bin ich verheiratet, muss ich auch viele Kinder haben? Nun, es hat ja extreme Beispiele gegeben. Die heilige Katharina von Siena, die zu den großen Frauen der Kirche gehört, war das 25. Kind ihrer Mutter. Der große Tenor Enrico Caruso war das 23. Kind seiner Mutter. Also so viele Kinder kann man sicherlich den Eltern heute kaum noch zumuten, das ist wohl klar. Aber eines muss man schon wissen, der Urzweck der Ehe, sprich auch der Urzweck der Geschlechtlichkeit, männlich und weiblich, ist die Erhaltung der Art und das Erzeugen von Nachkommenschaft. Auch in diesen Dienst sind die Menschen natürlich gestellt, aber in einem viel höheren Sinne, nämlich sie sollen teilhaben an der Schöpferkraft Gottes, sollen sozusagen mit ihm Schöpfer sein. Insofern ist es natürlich immer wichtig, dass Eheleute sich fragen, welcher Auftrag ist uns von Gott zugeteilt? Worin sollen wir ihm dienstbar sein? Denn es geht in der Ehe ja nicht darum, seine Triebe gegenseitig zu befriedigen, Erich Fromm nennt das Egoismus zu zweit. Sondern es geht darum, einander hinzugeben und so bekommt die Liebe eine Kultur. Auch die Sexualität bekommt eine kulturelle Komponente. Sie wird auf einmal etwas ganz besonders Wertvolles, wird als solches erlebt und erlebt auch eine Fruchtbarkeit. Und die Fruchtbarkeit ist nicht nur dort sichtbar, wo ein Kind kommt, sondern vor allem auch dort, wo diese Kinder entsprechend erzogen werden zu Kindern Gottes. Denn das ist ja die Aufgabe der Eltern, nicht einfach nur Kinder in die Welt zu setzen und sich von ihnen zurückzuziehen, sondern Vater zu sein und Mutter zu sein. Und Vater und Mutterschaft sind sozusagen die Liebesformen von Mann und Frau. Dazu ist der Mensch geschaffen. Und deswegen ist die Ehe das Kreativste, was man sich vorstellen kann. Auf einem Familienkongress, der kürzlich abgehalten wurde, hat eine Mutter von vielen Kindern gesagt, das Kreativste, das einer Frau zukommt, ist, Mutter von vielen Kindern zu sein. Dafür kann ich Zeugnis geben. Ich glaube, es ist gut, dass wir heute wieder erkennen, dass in unserer Gesellschaft, in der das Kind heute schon fast zu einem sozialen Problem geworden ist und wo viele keine Kinder mehr haben möchten, dass wieder eine ganz neue Kultur der Liebe in die Ehen hineinströmt und Männer und Frauen wieder den Mut haben, Vater und Mutter zu sein, um dadurch eine Kreativität zu leben, die Gott ihnen in ihrer Würde als Menschen zutraut.